Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft für Anfänger. Und wir werden heute uns mal der Eisfarm widmen. Das ist nämlich ziemlich wichtig zum Reisen. Oh, das ist eine Etage zu tief. Bevor wir aber losziehen, zeige ich euch das hier mal. Das kommt nämlich auch in den kommenden Folgen. Ich habe mal rumgebastelt an ein Mauerdesign. Und das Problem ist, ich komme selber nicht mehr rein, weil hier ist direkt der Zaun. Und das hat optimal hier dran gepasst. Aber wie man eine Mauer baut, das schauen wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge an. Muss ich mal gucken. Oh, der kleine Sam ist schon niedlich, ne? Jetzt haben wir den Skyblock, den Alba und hier haben wir den Sam. Läuft doch. Für alle, die es nicht wissen, ich habe einen Labrador. Der wird bald ein Jahr alt und der heißt Sam. Deswegen haben wir hier einen Hund, der Sam heißt. Aber wir brauchen für eine Eisfarm eigentlich nur eins. Wir brauchen Stein. Ja, wir brauchen ein bisschen Stein und wir brauchen Wasser. Aber vorher muss ich mal das Holz hier wieder wegpacken. So, da und da noch rein. Für unsere Eisfarm brauchen wir aber Eimer. Wo hatten wir unsere Eimer hingetan? Äh, Eimer. Eimer. Wir brauchen auch unbedingt eine Eisenfarm, weil ich habe keinen Bock jedes Mal loszurennen und Eisen zu holen. Hier haben wir schon mal ein Eisen. Vielleicht finden wir noch ein paar Eisen, dann können wir uns gerade Eimer... Wir hatten doch irgendwo Eimer, bin ich denn durch. Ich habe ja alles hier in die Kisten geschmissen einfach, ne? Guck mal, da ist zum Beispiel einer. Wir brauchen aber noch einen. So, äh. Zum Thema... Ja, da. Zum Thema Lars räumt auf, ne? Warum brauchen wir überhaupt Eis? Eis ist die schnellste Methode zum Reisen oder zum Items verschicken. Da kann man einige Transportsysteme mitbauen. Nur ist das beste Eis das blaue Eis oder blaue Eis. Das zu farmen ist aber sehr schwierig. Boah, was würde ich es feiern, wenn man in Minecraft wirklich schaukeln könnte, ne? Das wäre so cool. Also wenn man so bewegbare Blöcke hätte. Ich würde es mega feiern. Blaue Eis kommt nämlich nur in Eispike-Biomen vor und die sind recht selten. Also die sind wirklich recht selten. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, blaues Eis in Masse zu bekommen. Das Problem auch an Eispike-Biomen ist, dass sie keiner Regel folgen. Also es ist nicht so, dass man wie beim Pilz-Biom sagen kann, okay, das ist immer im tiefen Ozean. Und man muss einfach in tiefen Ozean suchen, muss den durchgucken. Und wenn man da eins findet, dann hat man relativ schnell Glück gehabt. Ansonsten sucht man den nächsten Ozean, ne? Da kann man ja relativ gut ein Pilz-Biom finden. Aber auch Snowy, unsere Schneemann-Farm, hat keine Ahnung, wie man ein Eispike-Biom findet. Das ist wirklich einfach Glück. Diese Farm ist einfach so geil. Hallo? Hallo? Für unsere Eis-Farm. Oh, hallo Biene. Meinst du nicht, hier ist es ein bisschen kalt? Für unsere Eis-Farm brauchen wir eine Gegend, wo natürlich Schnee liegt und Eis auch gefriert. Oder Wasser gefriert, genauer gesagt. Und ich nehme jetzt mal den Berg hier oben. Und wir werden da einfach mal so eine kleine Ecke reinklopfen, um zu gucken, wie groß wir die Eis-Farm machen. Denn man kann aus Eis Pack-Eis machen. Aus Pack-Eis kann man Blau-Eis machen. Und das ist für uns von Vorteil, weil wir werden einfach Eis-Farm. Ich denke, so ein Quadrat von 12x12 sollte reichen. Vielleicht auch ein bisschen größer. Wir gucken mal, was hier oben gut drauf passt. Das Ganze muss natürlich kein Quadrat sein. Aber als Quadrat ist das am einfachsten zu handhaben, was das Wasser anbelangt. Und dem Aufpassen, wo Eis bohnt und wo nicht. Denn wir wollen das Ganze ja so convenient wie möglich machen, ne? Okay, selbst 12x12 passt hier nicht einfach mal oben drauf. Aber das sollte schon mindestens 12x12 sein, damit sich das Ganze auch wirklich lohnt. 16x16 wäre effektiver. Aber ich denke, wir belassen es jetzt einfach mal bei 12x12. Und diese 12x12 müssen wir natürlich erstmal einrahmen. Damit Eis entstehen kann, muss auf jeden Fall der Himmel frei sein. Und wie wir sehen, ist er es nicht. Also machen wir es gerade mal. So und so. Jetzt ist alles frei. Wunderbar. Und wir brauchen gerade eine Wasserquelle. Einfacher ist es natürlich, wenn ihr schon Eis habt. Dann könnt ihr da auch Eis reinmachen. Aber mal kurz zur Wasserdynamik und Eisdynamik. So. Na, da liegt schon Schnee drin. Wunderbar. Hier müsste sich so nach und nach Schnee ansammeln. Aber gut. Wir nehmen mal Wasser mit hier. Und um das ganze Becken mit Wasser zu füllen, denn das Wasser soll ja gefrieren, reicht es, wenn wir eine Diagonale ziehen. Wir wissen ja, wenn wir hier diagonal zweimal Wasser machen, wird eine unendliche Wasserquelle draußen. Wenn wir es jetzt so machen und so und dann direkt weiter so, den dritten Block und den vierten Block. Und das ganze so diagonal durchziehen, dann funktioniert das genauso wie bei der kleinen unendlichen Wasserquelle. Dass immer weiter Wasser erzeugt wird und wir so das ganze Becken voll kriegen. Dann brauchen wir nämlich nicht einfach jeden Block. Oh, da ist schon Eis. Brauchen wir nicht einfach jeden Block machen. Zwei. Vier. Sechs. So, jetzt sind hier schon Strömungen entstanden, weil wir hier Eis haben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das kriegen wir einfach weg, indem wir das Eis einmal zerhauen. Da wird nämlich Wasser draus. Zack. Wunderbar. Jetzt ist alles Wasser. Jetzt haben wir gesehen, dass hier schon so eine Strömung entstanden ist, weil da Eis gewachsen ist. Und das ganze kann uns passieren, wenn wir hier drinnen rumwüten und Eis abbauen. Das wollen wir ja irgendwie verhindern. Das kann man entweder mit Fackeln machen, was aber extrem schwer ist. Weil, wenn wir so ein Lichtlevel erzeugen, dann entsteht auch kein Eis mehr, wenn das Lichtlevel zu hoch ist. Auch der Schnee hier verschwindet schon. Also, das ist extrem schwierig zu handeln, gerade hier über dem Eis. Also, da müsste man sehr, sehr viel zubauen und das Lichtlevel beschränken und so. Das ist nicht so schlau. Viel, 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 viel einfacher ist es, wenn wir diese Diagonale, die wir ja hatten, die wir aufgefüllt haben, wenn wir da Blöcke drüber bauen. Denn es entsteht kein Eis, wenn nicht freier Zugang zum Himmel ist. Und deswegen machen wir einfach so, dass wir hier drüber uns eine kleine Diagonale an Blöcken machen. Und die sorgt dann dafür, dass genau diese Diagonale, die ja das ganze Becken voll gemacht hat mit Wasser, auch immer Wasser bleibt. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir irgendwann Strömungen erzeugen, dadurch, dass wir Eis in komischen Ecken weghauen oder, oder, oder. Das wäre dann so ein bisschen doof. Und so haben wir das Ganze schon mal gesichert. So ist das Ganze schon mal safe. Jetzt brauchen wir ihn nur, um Eis zu farmen, brauchen wir Behutsamkeit. Weil wenn wir das mit der Hand machen, passiert nichts. Da kriegen wir kein Eis. Wir brauchen Behutsamkeit. Wir haben jetzt eine Spitzhacke mit Behutsamkeit. Gott sei Dank. Und wenn wir damit jetzt hier was abbauen, bekommen wir den Eisblock. Wenn unser Inventar nicht voll wäre. Ja. Wenn ich jetzt hier abbaue, dann sehen wir schon, äh, blöde Strömung. Aber es ist nicht so schlimm, wenn wir das Ganze so diagonal fertig abgebaut haben. Dann läuft alles wieder voll. Wir haben ja extra dafür gesorgt, dass genau diese Diagonale hier nicht gefriert. Und dann kommt das ganze Wasser immer wieder zurück. Das ist schon sehr gut. Das hier war jetzt gefroren, weil es schon gefroren war. Also nicht jetzt so denken, äh, Lars, da zählst du Käse? Weil da war doch Eis unter dem Cobblestone. Ja, da war Eis drunter, weil das schon gefroren war. Ja. Das löst sich auch mit der Zeit wieder auf. Aber auch eben nicht sofort. Das dauert seine Zeit. So, und wir sehen, wir sind bei 12x12 Blöcken, sind wir viel zu schnell beim Eisabbau. Also das Eis gefriert nicht hinterher. Das ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ist 12x12 okay. 16x16, wenn ihr wirklich die ganze Zeit rumrennen wollt, um Eis zu sammeln. Wow! Der Pfeil! Was stimmt denn mit dem da nicht? Au! Ich wollte gerade was sagen, mein Freund! So, danke. Jetzt gibt es drei verschiedene Eissorten. Und wir werden uns den Unterschied einfach mal angucken. Wir haben jetzt das ganz normale Eis. Dann werden wir mal Pack-Eis draus machen. Wir werden Blau-Eis draus machen. Und dann schauen wir mal, wie der Unterschied so ist. Das normale Eis. Das können wir erstmal einfach hier reinhauen. So. Und wir rutschen da so ein bisschen drüber, ne? Einfach so, äh, wir werden erstmal langsamer, aber wir rutschen, ne? Wir rutschen so ein bisschen rum. Um daraus Pack-Eis zu machen, müssen wir das Eis nehmen und brauchen neun Eis davon, um ein Pack-Eis draus zu machen. Ist recht teuer. Aber, jetzt haben wir schon mal eine Nummer besseres Eis. Yeah! Neue Rezepte für Pack-Eis. Echt jetzt? Okay. Ähm. Das machen wir hier rein. Wir sehen, das Pack-Eis ist ein bisschen heller. Und hier, ne? Okay, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Man braucht also 64 normales Eis, um sich ein Blau-Eis zu machen. Und diese Strecken sind leider gerade nicht gut zum Demonstrieren. Ich bräuchte dafür längere Strecken mit dem Boot. Das machen wir dann noch in einer anderen Folge. Ihr müsst mir das einfach mal glauben. Aber wir schauen uns jetzt mal das Blau-Eis an. Hier haben wir normales Eis. Hier haben wir Pack-Eis. Und hier haben wir Blau-Eis. Und Blau-Eis ist wirklich das, wo man am schnellsten drüber rutscht. Und man merkt das vielleicht auch so, so ein bisschen. Also ich merke es schon, aber ich laufe ja auch und ich sitze hier, ne? Und ich drücke die Taste und das fehlt dann beim Feeling. Aber das ist das Blau-Eis. Und das ist am besten dafür geeignet, um mit dem Boot drüber zu fahren. Dann wird wirklich extremst schnell. Und dazu werden wir einfach eine extra Folge machen, wie man schnell reisen kann oder transportieren kann. Und dieses extremst schnelle brauchen wir dann in der 1.16 beim Nether-Update. Oder um unsere beiden Dörfer miteinander zu verbinden. Dafür brauchen wir das natürlich auch. Können wir jetzt leider noch nicht. Wenn wir hier jetzt in den Nether gehen, dann ist der auch schon wieder geladen und fertig. Und dann ist das alles wieder Käse, weil das Nether-Update dann nicht da drüber gespielt wird. Weil alle Chunks, die schon geladen sind, kriegen nicht die neuen Updates dazu. Ihr müsst dann in neue Chunks laufen, die neu geladen werden. Ernsthaft, Hexe? Das war einfach. Danke, Hexe. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen. Wenn ja, kannst du das Video gerne liken. Wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Und von meiner Seite heißt es nur, vielen lieben Dank fürs Dabeigewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft für Anfänger. Und da machen wir entweder Stadtmauer oder Transportsystem. Ich habe keine Ahnung. Ciao mit V. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020